Was für ein Mammutszahn! Im Naturkundemuseum Gerger wird die Besonderheit während des Urzeittags zu sehen sein. Museumspädagoge Frank Rauder holt die Backenzähne aus den Tiefen des Museums. Sie waren vorher vom Zerfall bedroht. Deswegen wurden sie neu präpariert. Die Zähne sind wahrscheinlich auch schon brüchig gefunden worden, weil sie anders als an anderen Fundorten nicht schön über die Tausenden von Jahren im Lehm konserviert waren, sondern in der Höhle lagen, einer Witterung ausgesetzt waren, weil das Material, aus dem die Zähne besteht, nicht so langlebig ist. Außerdem wurden die Zähne in der Vergangenheit nicht fachgerecht behandelt. Fehlstellen wurden mit Gips verspachtelt und alle Zähne mit Knochenleim bestrichen. In der Palajo-Werkstatt Hensen in Goch wurden sie vorsichtig gewaschen und die alten Reparaturen entfernt. Danach wurden sie im Wärmeschrank bis zu zwölf Stunden lang getrocknet. Die Finanzierung von 5000 Euro kam vom Land. Und dann ging es darum, diese ganzen Fehlstellen zu füllen, damit man einen kompakten gesamten Zahn hat, ein Gegenstand, der nicht mehr auseinanderfällt. Dann hat man den Zahn, wie er war, in Silikon eingemantelt sozusagen. Wie umstrichen sozusagen, oben ein Loch gelassen und dann flüssiges Epoxidharz eingefüllt. Und kurz später wird er dann richtig fest. Wenn da so viel reinkommt, dauert es eine Weile, bis das fest wird. Aber das ist unglaublich fest. Die Backenzähne von Mammuten und Mammutkälbern sind zwischen 40 und 20.000 Jahre alt. Man glaubt gar nicht, dass die Zähne über Tod und Leben des Tieres entschieden haben. Siebenmal ist jeder Backenzahn insgesamt da. Wenn der dann abgenutzt ist, durch das viele Kauen von dem zähen Gras zum Beispiel, dann sieht es schlecht aus. Dann konnte das alte Mammut nur noch sehr schlecht kauen. Und irgendwann konnte das Tier dann gar nicht mehr fressen, dann ist es gestorben. Und deshalb sprechen wir heute von Mammutfriedhöfen. Das ist aber kein Friedhof, das sind einfach die Stellen, wo die Alttiere, die nur noch ganz schlecht fressen konnten, hingegangen sind, weil es da weicheres Futter gab und dann dort eben auch gestorben sind, so wie es heute auch Elefantenfriedhöfe gibt. Am Samstag, dem 21. Januar 2017, 23 dreht sich im Museum für Naturkunde alles um Fossilien. Um 11.15 Uhr beginnt der Fossilientag mit dem Vortrag Riesen des Zeitalters für Kinder und Jugendliche. Für Erwachsene wird es auch um 14 Uhr interessant. Die Top 30, das ist ein Bildvortrag hier oben im Haus. Da geht es um die 30 vielleicht interessantesten und spektakulärsten Fossilien, die man aus dem Stadtgebiet von Gera kennt. Das komplette Programm ist auf der Website des Museums zu finden. Vom Land in die Tiefen des Wassers kann man in der temporären Ausstellung Herrscher auf dem Meeresgrund eintauchen. Die Ausstellung, in der wir jetzt sind, zu den Brachiopoden, da geht es um die Brachiopoden-Fossilien aus dem Stadtgebiet von Gera, die 255 Millionen Jahre alt sind und von denen unter Gera oder Teilen Geras Millionen Exemplare liegen. Einige sehr häufig, andere sehr selten. Die wird bis zum 28. Mai zu sehen sein. Bis 28. Mai und dann gibt es hier wieder einen Themenwechsel. Dann geht es in der zweiten Jahreshälfte hier in diesem Raum um Mineralien der italienischen Insel Sizilien. Die 13 Backenzähne werden vorerst ausschließlich am Urzeittag gezeigt. Als Erinnerung bekommt jeder Besucher am 21. Januar ein Fossil aus Gera geschenkt.